Moins de Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapsplay. So, der Lachs und der Opti, wir sind wieder zu dritt hier am Start. Ich hab ne geile Armbrust, und gleich wird richtig hart gequieselt. Alter, komm, ich schieße dir mal einen Pfeil in den Kopf. Komm mal her, Lachs. Komm mal her. Ich bin in der Küche und das ist der Erdbeeren, lass mich in Ruhe. Amp! Ich bin der Sangebisst. Komm, ein Kreuz, kriegst ein Kreuz. So, warte. Komm, einen schaffe ich noch. Jawohl, oh, ins Auge, Alter. What the fuck? Ey, du hast kein Auge mehr. Doch, hast du. Aber es war rot. Okay, wo fliegen wir hin? Lang. Ja, lang, aber wo? Wir bedanken uns für den Flug. Viel Spaß auf der Ente, dann sehe ich nicht. Grüße. So, ich bin da. Okay, dann lass doch mal Georgopol. Georgopol, das ist ultra weit weg. Oder Milter. Powerplant. Die Pofka. Oder Novo. Nee, Novo nicht. Milter? Milter Power? Milter Power. Oder Bunker. Milter Power. Dann warte noch, warte noch. Oh, ich hab gedrückt. Fuck, ich wollte nur die Karte zumachen. Okay, okay. Ah, ja, alles okay, okay. Wir starten. Oh, fuck. Ich wollte mit F die Karte gerade zumachen. Aha. Dann habe ich nur das Geräusch gehört, dass ich rausgefallen bin. Oh, shit. Fritzi, meine friends. Was seid? Ich hab ja direkt gezogen, aber... Passt. Ah, ich nicht. Wie du nicht. Die ganze Zeit auf G gedrückt. Meine Hand war um eine Taste verschoben. Ach so, hast du den Mittelfinger auf E gehabt? Ja. Boah, links sind vier. Rechts sind zwei. Wo bist du denn? Hinter euch. Oh, ja, dann versuch mal zu uns zu kommen irgendwie. Milter Power. Oder sollen wir Bunker dann? Oder was? Nee, Bunker sind wir schon drüber. Ach nee, ist unter uns. Ja, nee, Bunker sind... Sind hundertprozentig schon, Leute. Ja, wir können hier in die Lagerhäuser. Links unten. Die zwischen den Bergen? Ja. Und der Hoffnung, dass noch keiner gelandet ist. Das Problem, die landen halt schnell, ne? Ja, dann lass mal Lagerhäuser. Komm, geh runter. Lass mich noch ein bisschen treiben. Ja, mach das schon. Ja, kommst einfach zu uns, Opti. Ja, ich spiel keine Rutschen mehr. Echt? Safe Zone ist genau in Mitte, gell? Ja, passt. Ja, dann ist man safe. So ein bisschen weiter fliegen. Aber ich glaub nicht, dass da einer sitzt. Hätten wir da irgendeinen Landen sehen oder so. Ja gut, die sind ja wahrscheinlich straight runter, weißt du? Und nicht noch gleiten und so. Die sind hundertprozentig Bunker gegangen. Ich gehe hoch auf den Berg. Lande, 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 lande. Geil, schnell Wechselmagazin. Alter, ich bin genau in der Ecke gelandet, ey. Meter weiter und ich wäre runtergefallen. Ne, guck, ich hab das mit jeder Waffe, man. Was hast du mit jeder Waffe? Ja, dass ich doppelt nachladen muss. Das ist so gaga. Lady oder wat? Ja. Ich hab ne AK. Ich mag das nicht. Ich will da nicht. Ja, wir werden da nicht. Oh geil, Sichel. MP, Splitter. Schmutziges Tanktop. Zieh ich direkt mal an. Tiefe, Kompensator. Uh. P92, M16. Mit der M16 im Bett. Pennen. Eine Sichel, 9mm. Mal das Nachladen hier. Hat sich's hier ausgesichelt. Hallo. Hallo. Bitte. Kleine Mütze. Benzinkanister. Kampfhose Tarnung. Baseballkappe. Also ich riech. Ich seh ein richtiger Quizler, ey. Polizeiweste. Nice. Ich kann... Mann, nee, komm. Bitte, wieso spiel? Wieso tust du mir das an? Wieso tust du mir sowas an? Unterhängt Holzkohle. Was? Holzkohle ist jetzt im Trend. Was? Was? Was mit Holzkohle? Ja, was? Unterhängt Holzkohle. Achso, cool. Belastend hier, dieses Nachladen. Oh, Mantel, Westside. Oder, oh, Stadtjacke. Natürlich noch geiler. Ach ja, man muss in den kleinen Sachen Freude haben. Moped-Helme. Ich hab ne Hose an. Hose Tarnung. Landlose Sonnenbrille. Was würdest du sonst? Spaß haben. Guck, ich kann, ich lade nach und es steht immer noch Null da. Jede Waffe. Cool, ich hab ne AKM. Ich auch. Ich muss nachher mal das Game neu starten. Oder mal neu installieren oder so. Genau, genau. Damit ich erst morgen wieder spielen kann. Hast du denn von der Leitung? Uzi? Ne Kackleitung. Ich kann es dir nicht sagen, was für eine. Eine Leitung für Lutscher. Für Lutscher. Makaluchi, Lutschi. Oh, Einser Rucksack, Mann. Gibt's ja mal ein Zweier Rucksack? Ich bräuchte noch einen Helm. My Bras. Bras. Hier sind Einser Helme ganz viele in dem Haus. Oh, das ist nichts. Hm, lecker. Das ist so schwachsinnig. Dieser Hals ist so behindert. Komm mal zu euch jetzt. Vor allem kommt nicht mal irgendwas, wenn ich so hoch ziehe, ne? Inser Weste, Mann. Inser Weste. Oh, porca putana. Hä? Das tut. Ja, das tut. Zockten deine Freundin auch, dass sie da im Video dabei war, oder was? Welche Video war die denn? Ich weiß nicht, was ein Video das war. Ich hab deine Seite angeklickt, YouTube, und dann kamen du und sie. Das war bestimmt, ähm, Resident Evil. Ja, möglich. Ja, genau. War Resident Evil. Ja, da hat sie zugeguckt, mehr oder weniger. Ähm, aber ich hab auch schon ein paar Let's Plays mit ihr gemacht. LittleBigPlanet, Yoshi, äh, Yoshi's Woolly World. Also die ganzen schwierigen Spiele, ja. Ja, 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 genau. Ähm, wollen wir direkt weitermoven? Hier ist der SK-12, wenn jemand will, hier in der Lagerhalle. Nee, ich hab schon einen Sniper, ich hab Karabiner. Ich mach mal, ich hab nämlich keine Lust mehr auf. Uzi, die belastet mich etwas. Einer irgendein, irgendwas? Wo ist denn Opti eigentlich? Opti, ist sie irgendwie schön da oben, oder? Ja, ja, ist ganz angenehm. Alles klar, wenn ich trage, ich frag mal nach. Ich halte mir auch schon nach dem Auto. Alter, wo ist denn dieser Lanze, ne? Ich war das nicht. Pfeife rauchen, hat er gesagt. Kann man auch daheim machen, Alter, was ist mit ihm? Ah. Da hat er eine Flasche Wein aufgemacht. Nein, das war der Schnapps. Oh. Oh mein Gott, ein Auto. Oh mein Gott. Ach so, der fährt ein Auto. Ja. Ja, hinterher, quieseln, oder? Wie jetzt quieseln, oder? Wo ist denn Opti, Alter? Ich bin hier oben, ich bin ganz anders. Oh mein Gott, ey. Wie ist denn ganz anders? Ach, du bist da unten. Ne, oben. Ja, südlich. Willst du den hinterherfahren, oder was? Nee, ich will Opti abholen. Bist du behindert, oder was? Ach, hier? Ach, hier? Ach, hier? Das ist hügelig hier. Wo müssen wir die Zufatsch rausziehen? Wie müssen wir denn da hingefahren? Hier links rüber. Hier ist, ähm, 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 Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen? Ich bin grad nicht so fertig. Armbrust. Genau. Nimm mit, voll geil. Nee, kann ich nicht um den denn mit. Da kommt ein Auto. Wow, 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 wow. Jei, 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 jei. Diese Fahrkünste von diesem Lachsdruck. Ihr kommt klar, oder? Ja, du kommst, steig mal ein. Ich will hier noch looten. Was gibt's denn hier? Ist das schon gelootet? Ja, ich hab hier nicht so looted, die hier. Hargo, zack, was geht's denn da? Gutzle, oder was? Dann lässt er mich hier stehen. Bye, bye, ey. Wow. Moll. Alter. Was haben wir hier? Oh, ne, 3er Western. Laba. Wirklich jetzt. Ja, also, die klauft drüber, ich idiot. Verdammte Kack. Könnten wir jetzt bitte hingehen, wo's guten Loot gibt? Nicht so Kacka-Loot. Oh Gott. Oh, wie ist das? Ich schmerz mich. Wo ist denn guter Loot? Ja, halt bei Städten und sowas. Military, oder wo? Military. Oder School, oder... Ja, Military, hier. Loot, ja, das ist vorbei, Military. Wie? Quatsch, freilich kann man da noch mal hinhauen. Oh, ein Zweier-Helm. Wo ist denn Rappi? Ja, ich komm, ich komm. Rappi. Oh. Rappi. Rappi the Legend, Alter. So, ich komme. West Side, wartet auf mich. Ich hab auch Spritz, gell? Und alles andere. Und jetzt hab ich den Kopf ab. Nee, noch nicht. Braucht jemand hier Extended? Mach. Für Uzi, UMP, Rector. Hast du dir gedacht. Hast du dir gedacht. Alter, was habt ihr nie für Scheiße gepinkt, was von Milter Power? Machen wir Action mit K, oder? Vollgas, oder? Ja, wo denn? Das ist egal. Einfach boosten. Ich booste einfach und fahre Vollgas. Du bist doch krank, Alter. Ich will jetzt mal gewinnen. Lass doch mal, wo fahren wir denn hin? Ich hab was gepinkt. Bibliothek. Bibliothek. Schüsse. Oh Gott, neben uns die Schüsse. Da, da, da sind sie. Mit der K. Frau Walltower. Die sind da auf dem Mügel rumgelaufen. Das sind andere, das sind nochmal andere. Oh my gosh. Wo das denn? Oh, zickzack. Guck dir mal die Drifts an. Oh, Alter. Die sind wirklich. Bibliothek. Komm durch den Zaun. Halt jetzt an. Hier wurde gelootet. Mir egal. Doch, das ist die Tür auf. Dicke. Ja, ja. Scheiße. Bin ich dick. Ich bin nicht dick. Machen wir Action? Machen wir Backflip im Auto? Nein. Okay. Ich brauch vor allem Backflip, Alter. Ja, wieso denn nicht? Wo willst du denn hin? Nach Yasnaya? Ja, Yasnaya. Nach Yasnaya Poliana? Irgendwie was zu essen, ey. Die große Portion. Oh. Die große Portion Quiselei ist da hinten. Jump. Tau. Oh, oh, oh. Oh, da ist es. Alter. Diese Drifts. Geht zu diesem Team. Naja. Ich hab schon mal schöner geparkt. Aber hier wurde gequieselt irgendwo. Echt? Ob die? Soll ich gar Nazi. Ja so, das gequieselt. Gut. Ich darf mal in zwei Rucksack, ne? Wartet nicht nur zu. Okay, jetzt mal Jungs. Mal kurz. Mal kurz Silenzium, please. Ich kann schon ein bisschen gequasseln, aber halt. Ja, ich binokulier jetzt mal ein bisschen. Ne? Wie keinen, glaube ich. Das sieht irgendwie ein bisschen gelootet aus hier bei mir auf jeden Fall. Ja, wenn hier schon geballert wurde. Da muss ja nicht sein, dass die direkt hier waren. Könnte auch sein, dass die anderswo waren. Aber hier ist gelootet. Hier liegt noch Crap. Crap, Crap, Crap. Hier ist ein Mantel. Hier ist schon ein. Aua, ich bin tot. Ich hab doch gesagt. Ja, wir glauben bei mir, denn ich. Ich weiß aber, sie sind bei der Treppe. In dem anderen Gebäude. Genau an der Treppe bin ich gestorben. Wie viel? Weißt du nicht? Ne, auf alle Fälle Shotgun. Das hab ich gehört. Was denn die? Jetzt hat ich gerade einen Mantel, ey. Da ist wie Ghost Rider wieder rumgegangen. Ja, da unten steht auch ein Auto. Das sehe ich auch jetzt. Wer wollte hierher? Ich? Du bist hier halt keinem da, ne? Nein, das sind ja da drin, an der Treppe. Die bewachen einfach die Treppe. Aber doch nicht die ganze Zeit, oder? Natürlich. Wieso nicht? Aber Opti ist ja jetzt eh tot. Also, dem könnte mir keiner retten jetzt. Ne, ne. Aber wir können, eben, wir gehen jetzt weg. Oh, ich hatte viel mehr, die Zeug, gell? Das ist halt ärgerlich. Ja, halt, ja. Verpissen wir uns. Lauf nochmal zurück. Zum Auto? Ja, zum K. Das sind aber, äh, definitiv ist da schon mal einer gestorben von irgendeinen, keine Ahnung. Ja, die haben ja gerade eben einen Ballert. Weil da lag nämlich schon eine Kiste. Wer überholt ihr mich einfach? Das lag war auch nicht, wenn man nur durch ist. Ne, überhaupt nicht, ey. Das ist so geil. Hier ist noch zu gewesen. West Side. West Side. Oh, was ein schöner Hürdensprung, ey. So, jetzt Lachsnacken. Lass knacken. Immer. Diggi. Immer. Das Game ist ein bisschen laggy heute. Ein bisschen laggy ist es, ne? Ja, sonst, gestern war besser irgendwie. Aber jetzt ist so, so kleine Mini-Ruckler hab ich. Hm. Komisch. Zweiher Rucksack. Oh, Scope. Was für ein Scope? Da war ein Scope drin, bei Lachsnacken. Ah, bei Lachs. Ne. Das ist, das ist ein... Alter, wie viel Muni. Sein Guter. Ne, 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 das ist... Geht nochmal in den Zug. Komm, bitte steig ein, ich will weg hier. Ja. Alter, siehst du denn das ganze Zeugner alles nicht? So glaub ich, dann mache ich immer alles. Und Headshot. Bam. Hast du gesehen? Komm, auf geht's. Ich brauch mehr Schnaps. Ich brauch weniger Schnaps, Alter. Alter, fahr doch, du Kackkarre. Was ist denn los für dich? Ey. Wo willst du denn hin? Das ist in Dacia. Ja, wo ich gepinkt habe, was gelb ist. Mittig. Ich bin gelb. Gelb. Du bist blau. Außerdem. Auch. Ja. Ich sehe, dass ich nicht angesprochen fühle. Jetzt gibt er mal Action hier. Ich mache hier schon. Jetzt drop out und dann drop in. Oh, Stein. Alter, war das gekonnt, ey. So voll rechts abgehoben über den Stein. Geil. Perfect. Sind da zwei Lootdrops nebeneinander? Na klar. Was? Dort rein. Hier ist nix. Oh doch, zwei Helm. Was sonst? Er ist gelootet. Steck ein. Kompensator, warte mal. Der liegt am Boden. Steck ein, ich habe Angst. Zwei Lootdrops nebeneinander. Wie geht das denn? Da hat sich aber ein Team heftig gegönnt, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall. Ja, da vorne ist die Halle. Nein, in die Schule gehen wir nicht. Wir gehen hinten in die Garage wieder rein. Oh, oh. Das hatte ich gestern, aber schau mal, wie geil ist das denn, Alter? Warte, nicht aufsteigen. Oh, ich bin ausgeschieden. Alter, es ist so stark durchgeschüttelt, jetzt habe ich die Granate in der Hand gehabt. Guck mal, so mit Gefahr in den Licht. Warte, was war das? Hier liegen noch Scopes. Wo? Bei mir hier. Hier wurde nicht gelootet, Bro. Ab in die Häuser. Wo liegen Scopes, Alter? Äh, hier ist ein Doddy. In die Häuser? Ja, hier wurde nicht gelootet. Doch, hier wurde gelootet. Aber in der Halle waren sie nicht. Ich würde geschossen. Jo, Alter. Kommst du nicht rein, oder was? Doch. Die schießen auf dich, glaube ich. Hier auf mich. Von wo denn? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. What side? What side? Wo geht es denn hier hoch, Alter? Was ist das? M16. Weißt du nicht, von wo der Schuss kam? Ich glaube, von Westen so. Ne, warte mal, da hinten wird geschossen. Ja, aber es war ein Schally, der auf dich geschossen hat. Ich glaube, der hat auf dich geschossen. Der hat auf dein Haus, in Richtung deines Hauses geschossen. Das war so 10 Meter von mir entfernt, ist der Schuss eingeschlagen. Ja. Das habe ich gesehen, aber... Alter, du hast es aufgenommen. Nice. Bist du sicher? Nice. Alles auf Westside? Was war das denn, ey? Oh, wir sind schön safe. Oh, der Lanzer ist da. Ich komme da runter und dann unterschrei ich Westside. Da läuft einer. Der ist in unsere Halle gelaufen. In die Halle? Ja. Westside? 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 Siehst du, bei dir. Süden, Süden, Süden. Nein, Südwesten. Das andere Süden. Voll daneben, oder? Ja, was soll ich mit dem abfacht? Ich hasse... Ich gucke, deswegen spiele ich keine Sniper, weil ich es halt einfach nicht kann. Ich weiß gar nicht, wer hier schießt, ey. Gegenüber im Haus! Gegenüber im Haus! Nee, nee, nee. Doch! Echt? Nee. Von rechts unten an, da kann das trotzdem... Alter, kommt eine Granate! Also, in einen habe ich ausgenockt. Trotz, auf das... Guck einfach, dass uns keiner pusht, bitte. Der andere ist auch ausgenockt. Alter Schwede. Gut, der brennt an. Boah, hast du denn drühen geschossen? Ich habe keine Nade mehr. Nein, du hast genockt. Pass auf, dass keiner von hinten kommt, ne? Achso. Klass, knacken! Ja, wie soll ich da aufpassen, Alter? Einfach, dass keiner von hinten kommen kann. Oder ansagen, wenn er da kommt. Da komme ich unterstützen. Ja, aber ich habe doch jetzt einen oder zwei ausgenockt. Ich habe auch zwei. Ja, aber die können sich ja nicht alle retten da jetzt, oder? Ja, doch, dann überlebt noch einer. Ja, und der kann jetzt alle retten da in deinem Haus. Das ist doch scheiße. Granate? Oder was? Ne, war ich mit Molly. Der fackelt die Bude ab. Da ist er. Ja. Wo denn? Ne. Rechts unten an der Mauer. Da ist noch einer. Oh, ne, 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 ne. Ich wäre da oben geblieben. Wo? An der Mauer, Alter? Hey, ich weiß nicht, woher ich bin. Rechts an der Mauer, ja. Rechts, rechts an der Mauer. Da ist er. Ich bin erwischt. Hier draußen, er kommt. Alter, wir werden sie verlieren. Ach, Quatsch. Jetzt. Jetzt, wo ich keine Schotty mehr habe, ne? Oder nur die Tür. Sind im Haus, sind im Haus. Oh, von hinten. Die sind unten drin. Hm. Ja, da kommt jetzt der Nate hochgeflogen wahrscheinlich. Da unten ist er noch an der Mauer. Meinst du nicht, die Shotgun ist besser? Ich hab keine Shotgun. Kann der nicht hinschießen, Alter. Au, 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 au. Ich bin down. Von der anderen Seite. Du musst mich retten. Scheiße, ich kann nicht. Wenn ich dich jetzt hole, pushe. Dann lass ihn erst pushen, dann holst du mich. Und immer noch einer. Der ist unten. Ja, gerade. Ja, ich bin down. Fuck. Einer läuft noch unten rum an der Mauer. Genau deswegen spiele ich keine Sniper als zweite Waffe. Macht man einfach nicht, weil es einfach behindert ist. Ja, man hast doch keine andere rausgeholt. Ach, scheiße. Gut, Famarillos. Das war's mit der Folge. Daumen hoch und stay pam. Tschüss. Tschüss. Das war's mit der Folge. Ja, Tschüss. Vielen Dank.